Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde, herzlich willkommen zur Vorschau der zweiten Runde im DFB-Pokal in der Saison 2014-2015. Ja, die zweite Runde beginnt dann am Dienstag, dem 28. Oktober, ja, und zwar um 19 Uhr. Ja, und das erste Spiel, das da stattfindet, ist Chemnitz gegen Werder Bremen. Ja, das ist ein wirklich sehr interessantes Duell. Die Chemnitzer spielen in der dritten Liga und ja, sind vorne dabei. Die dritte Liga ja ziemlich sehr ausgeglichen und sehr eng. Aber Chemnitz wirklich ein sehr guter Start und ja, sie spielen auf alle Fälle um den Aufstieg in die zweite Liga mit. Auf der anderen Seite Werder Bremen, jetzt Tabellenletzter, haben jetzt nach der Heimniederlage gegen Köln-Trainer Robin Dutt entlassen. Ja, vorerst übernehmen werden Viktor Skripnik und Thorsten Frings, zwei altbekannte Werder-Spiele. Ähm, ich denke, ja, eigentlich müsste hier Werder Bremen der Favorit sein, dass sie ja, ja, zwei Ligen über Chemnitz spielen. Aber ich treu es den Chemnitzern zu, da auf alle Fälle mitzuhalten. Sie haben auch den Heimvorteil. Ähm, trotzdem glaube ich, dass, ähm, ja, dieser Trainerwechsel, glaube ich, bei den Bremen, ähm, ja, einiges auslösen wird. Ich denke, die Bremen werden, ähm, ja, ein anderes Gesicht zeigen, glaube ich, als jetzt zuletzt in der Liga und hier einen hart umkämpften Auswärtssieg bei den Chemnitzern feiern. Ja, dann kommen wir zum nächsten Spiel, das, ähm, 19. stattfindet zwar empfangen, die Kickers Offenbach, den Karlsruher SC. Ja, die Kickers aus Offenbach mittlerweile in der vierten Liga tätig, ähm, ja, auch eigentlich, ähm, ja, ein Traditionsverein, aber jetzt zuletzt lief es nicht so gut. Auf der einen Seite der Karlsruher SC aus der zweiten Liga, ja, spielen dort eine, ja, relativ gute Rolle, sind, ähm, ja, im Mittelfeld in der Tabelle. Ich denke, haben sich dort auf alle Fälle konsolidiert in der zweiten Liga, sind hier, ja, auch der klare Favorit. Und ich denke, die Karlsruher sollten hier das doch, ähm, ja, machen hier bei dem, beim Viertelgisten auswärts. Und, äh, ja, ich sage, die Karlsruher gewinnen dieses Spiel hier bei den Kickers aus Offenbach. Ja, dann, äh, das nächste Spiel, und zwar Arminia Bielefeld empfängt die Hertha BSC. Ähm, ja, Bielefeld in der dritten Liga, auch die Bielefelder sind da, ja, im oberen Teil der Tabelle in der dritten Liga, also sie spielen da auch um den Aufstieg mit. Ähm, ja, auf der anderen Seite, die Hertha, ja, stehen auch derzeit eben im Mittelfeld in der ersten Liga, denke ich. Ähm, ja, zuletzt in den Spielen lief es ein bisschen besser, ja, auch zuletzt klarer 3 zu 0, Helmsi gegen den HSV. Ähm, sie sind hier der klare Favorit, würde ich sagen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass Bielefeld hier durchaus eine Überraschung schaffen kann. Äh, ja, aber ich tippe trotzdem hier auf einen knappen Ausflugssieg von der Hertha. Ja, ja, und dann das letzte Spiel, das, ähm, ja, am Dienstag, dem 28. Oktober um 19 Uhr stattfindet, ist dann der VfR Ahlen, empfängt Hannover 96. Ja, Ahlen ja in der zweiten Liga spielen da eher gegen den Abstieg, sind da im unteren Teil der Tabelle zu finden. Auf der anderen Seite Hannover, ähm, ja, jetzt zuletzt mit einem großen Überraschungserfolg auswärts bei den Dortmundern. Ja, die Hannoveraner haben ja auswärts so ihre Probleme, trotzdem glaube ich, dass sie hier bei einem, ja, Abschickskandidaten in der zweiten Liga jedoch, äh, ja, gewinnen sollten. Und deswegen tippe ich hier doch, ja, auf einen kleinen Sieg hier von Hannover 96. Ja, dann finden dann auch noch, ähm, ja, vier Spiele um 20.30 Uhr statt, am 28. Oktober, den Dienstag. Und zwar sind das MSV Duisburg gegen den 1. FC Köln, ja, auch die Duisburger in der dritten Liga und auch die Duisburger, ja, wie schon zuvor, auch Chemnitz und Bielefeld auch im oberen Teil der Tabelle zu finden. Auch sie spielen da, ja, äh, um den Aufstieg mit, ähm, ja, und sie empfangen die Kölner, die auch jetzt relativ solide in die, äh, Liga gestartet sind, stehen im Mittelfeld. Wird sicherlich auch ein interessantes Duell, trotzdem, ja, muss man ja auch die Kölner klar favorisieren, dass die zwei Ligen, ähm, über den Duisburgern platziert sind. Ähm, auch hier könnte ich mich ein durchaus enges Spiel vorstellen. Ja, am Ende denke ich, werden sich hier die Kölner knapp bei Duisburg durchsetzen. Ja, dann das nächste Spiel und zwar Dynamo Dresden empfängt den VfL Bochum, ja, und auch die Dresdner in der dritten Liga im oberen Teil der Tabelle zu finden. Auch sie, äh, ja, spielen da um den Aufstieg mit, ähm, stehen da recht gut da. Ja, die Bochumer sind eigentlich nach einem wirklich sehr guten Start in die Saison jetzt zuletzt. Ja, ähm, aufgrund vieler Unentschieden jetzt doch ins Mittelfeld abgerutscht, ähm, zuletzt lief es nicht ganz so gut, trotzdem sind die Bochumer hier der Favorit. Ähm, ja, aber ich traue den Dresdnern vor allem, haben die, ja, wirklich ein sehr euphorisches Heimpublikum, da traue ich den Dresdnern auf alle Fälle, äh, ja, einen Überraschungserfolg zu. Ähm, trotzdem glaube ich, dass sich hier die Bochumer aufgrund ihrer Qualität dann doch, äh, knapp durchsetzen werden und hier auswärts bei Dresden gewinnen werden. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel und zwar der 1. FC Kaiserslautern empfängt die Spielvereinigung Greuther Fürth und das ist ein Duell auf Augenhöhe, denn beide spielen in der gleichen Liga, beide in der zweiten Liga aktiv. Ja, die Kaiserslautern, ähm, ja, doch relativ gut in die Saison gestartet, ähm, sind da durchaus mit dabei im Kampf um den Aufstieg in die erste Liga. Die Fürther, ja, 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 durchschnittlich gestartet, ja, zuletzt mit einer bitteren 2 zu 5 Heimpleite gegen den FSV Frankfurt. Ja, bei den Fürthern läuft es nicht ganz so hundertprozentig, nachdem sie in der letzten Saison, ja, fast gegen den HSV noch den Wiederaufstieg geschafft hätten. Ähm, ja, die Kaiserslautern spielen zu Hause, sie haben den Heimvorteil und deswegen denke ich, sie sind hier der Favorit und ich glaube, Kaiserslautern wird sich auch in diesem Duell dann durchsetzen und in die nächste Runde einziehen. Ja, und das letzte Spiel, das noch am Dienstag, dem 28. Oktober stattfinden wird, um 20.30 Uhr ist der FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund. Ja, St. Pauli in der zweiten Liga auch zuletzt nicht sehr gut, ähm, spielen da auch eher gegen den Abstieg. Ja, und jetzt kommen die Dortmunder, die, ja, ein bisschen, ja, seltsam in der Liga läuft es nicht so gut, dafür in der Champions League relativ souverän. Ähm, ja, schließlich die Frage, welches Gesicht werden sie diesmal zeigen? Also, wenn sie so spielen wie in der Liga, könnte es durchaus eng werden. Ja, St. Pauli auch wieder mit einem sehr guten Heimpublikum, die das Team sicherlich nach vorne preschen werden, sicherlich stark unterstützen werden, äh, auf der anderen Seite muss man sagen, die Dortmunder, trotz auch der Verletzungsprobleme, müssen sie hier eigentlich aufgrund ihrer Qualität das eigentlich klar für sich entscheiden und ich glaube auch, dass sie es tun werden. Deswegen sage ich, Dortmund gewinnt hier klar hier beim FC St. Pauli. Ja, kommen wir dann, die restlichen Verdienen finden dann am Mittwoch, dem 29. Oktober statt. Ja, dann auch hier, wir spielen um 19 Uhr und zwar der 1. FC Magdeburg empfängt Bernu für Leverkusen. Ja, Magdeburg in der 4. Liga tätig, ähm, ja, und sie empfangen jetzt die Leverkusener aus der 1. Liga, ist sicherlich, ähm, ja, keine leichte Aufgabe für Magdeburg und, ähm, ja, die Leverkusener hier der ganz klare Favorit und sie sollten hier eigentlich auch keine Probleme haben. Ähm, ich glaube nicht, dass da Magdeburg wirklich dagegenhalten kann, vor allem die Offensive der Leverkusener. Wenn die mal ins Laufen kommt, kann es dann schon mal ganz schnell, ähm, ja, sehr hoch werden und ich denke auch, dass sie die Leverkusener sicherlich früh die Entscheidung suchen werden und früh in Führung gehen werden und die Magdeburger dann keine Chance lassen werden. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel und zwar die Würzburger Kickers empfangen die Eintracht Braunschweig. Ja, die Würzburger Kickers in der 4. Liga tätig, sind dort aber, soweit ich weiß, aber Tabellenführer. Ja, also sie sind vielleicht auf dem Sprung in die 3. Liga. Auf der anderen Seite die Braunschweiger in der 2. Liga doch etwas enttäuschend gestartet als Absteiger aus der 1. Liga. Ja, ja, habe ich eigentlich erwartet, dass sie da wieder um den Wiederaufstieg mitspielen werden in die 1. Liga, sind aber, ja, doch eher im Mittelfeld der Tabelle wiederzufinden, doch mit einigen Rückstand auf die Aufstiegsplätze. Trotzdem denke ich, dass sich hier die Braunschweiger, ja, aufgrund ihrer Qualität, ja, da durchsetzen sollten bei den Kickers aus Würzburg und, ja, deswegen tippe ich hier auf einen Auswärtssieg der Braunschweiger. Ja, dann haben wir den TSV 1860 München, der den SC Freiburg empfängt. Auch das, ja, ein sehr interessantes Duell, die 60er aus München leider sehr schlecht in die Saison gestartet. Ja, spielen da jetzt gegen den Abstieg in der 2. Liga, sieht es nicht so gut aus. Sie haben auch schon früh den Trainer Riccardo Muniz gewechselt. Ja, auf der anderen Seite, die Freiburger spielen jetzt auch gegen den Abstieg in der 1. Liga, ja, noch ohne Sieg. Zuletzt wirklich mit einer schlechten Leistung gegen die Augsburger. Ja, trotzdem glaube ich, dass die Freiburger hier der Favorit sind, da sie ja eine Liga über den 60ern platziert sind. Trotzdem, ja, würde es mich nicht überraschen, wenn hier die 60er vielleicht eine kleine Überraschung liefern sollten. Wie gesagt, das spielen zwei Teams, die zurzeit, ja, vor allem ergebnistechnisch nicht sehr gut dastehen. Und ich denke, man darf sich ja sicherlich kein hochklassiges Spiel erwarten. Trotzdem sage ich dir, der Freiburg, SC Freiburg wird sich ja ganz knapp auswärts bei den 60ern durchsetzen. Ja, und dann das letzte Spiel noch am Mittwoch um 19 Uhr empfängt RB Leipzig, denn Erzgebirge Aue. Aber auch das ein Duell von zwei Teams, die in der gleichen Liga spielen, beide in der zweiten Liga tätig. Ja, und RB Leipzig, für einige sicherlich nicht überraschend, sind auch vorne dabei um den Aufstieg in die 1. Liga. Ja, werden ja von Red Bull unterstützt finanziell und, ja, haben dadurch einen sehr guten Kader zur Verfügung. Auf der anderen Seite, Erzgebirge Aue eigentlich ja sehr schlecht in die Saison gestartet. Ja, und dann hat man sehr früh, ja, den Trainer Falco Götz entlassen. Und der neue Trainer, ja, hat ordentlich Schwung gebracht, muss man sagen. Die Auer dann, ja, konnten wirklich dann besser spielen, hatten dann auch ihre Helmspiele gewonnen und haben sich da jetzt zumindest punktemäßig verbessert und es steht jetzt nicht mehr ganz so schlecht da. Trotzdem muss man sagen, RB Leipzig spielt zu Hause. Sie sind hier doch der Favorit aufgrund des Heimvorteils. Es könnte durchaus interessant werden, wenn Auer da lange die Null hinten hält. Aber trotzdem glaube ich, dass sich am Ende Leipzig hier durchsetzen wird. Ja, dann kommen wir zu den Spielen um 20.30 Uhr, also am Mittwoch, dem 29. Oktober. Und zwar ein Bundesliga-Duell und zwar empfängt der HSV den FC Bayern München. Ja, auch das ein Duell. Ja, eigentlich beide spielen in der gleichen Liga, aber es ist sicherlich nicht auf Augenhöhe. Der HSV natürlich, ja, spielt jetzt gegen den Abstieg, hat zuletzt ja, ja, vielleicht die schlechteste Leistung unter dem neuen Trainer Zinnbauer bei der Auswärtsniederlage gegen Hertha abgeliefert. Ja, auffallend ist, dass der HSV vor allem offensiv wirklich Probleme hat, da, ja, Tore zu erzielen, ihre Chancen zu nutzen. Ja, und das ist natürlich kein gutes Zeichen, wenn es jetzt gegen so eine absolute Top-Mannschaft wie die Bayern geht. Ja, die einzige Chance für die Hamburger besteht, wenn die Bayern vielleicht zu überheblich agieren werden, zu arrogant und sie unterschätzen werden. Aber ich denke, das wird nicht der Fall. Also die Bayern werden hier, ja, wieder souverän auftreten und hier, ja, einen klaren Auswärtssieg bei den Hamburgern feiern. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel und zwar empfängt die TSG 1899 Hoffenheim, den FSV Frankfurt. Ja, das ist auch ein ungleiches Duell. Der Hoffenheimer in der ersten Liga bis jetzt noch ungeschlagen sind da, ja, auf Europa-League-Kurs eigentlich, ja, oder internationaler Bewerbkurs. Auf der anderen Seite der FSV Frankfurt doch eher, ja, im unteren Drittel der Tabelle der zweiten Liga zu finden, obwohl sie jetzt ja einen starken 5-2-Auswärtssieg bei Kreuter Fürth feiern konnten. Trotz alledem, ja, sie müssen hier auswärts antreten, sind hier der klare Außenseiter und die Hoffenheimer sollten hier eigentlich nichts anbrennen lassen und hier einen klaren Heimsieg gegen die FSV Frankfurt feiern. Ja, gehen wir zum nächsten Spiel und zwar da empfängt der VfL Wolfsburg den ersten FC Heidenheim. Ja, und das ähnlich wie auch beim Offenheim-Spiel. Auch hier der Erstligist mit Heimvorteil gegen den Zweitligisten. Ja, und auch hier die Wolfsburger der klare Favorit, wobei man sagen muss, der 1. FC Heidenheim als Aufsteiger von der dritten in die zweite Liga haben sich bis jetzt sehr gut präsentiert, haben eigentlich mit dem Abstieg nichts zu tun. Wobei man auch sagen muss, dass Heidenheim die meisten Punkte zu Hause geholt haben, also zu Hause sind sie doch um eine Spur stärker. Deswegen, ja, eigentlich schade, dass dieses Spiel in Wolfsburg stattfindet, denn wenn das Spiel in Heidenheim gewesen wäre, wäre es sicherlich um einiges spannender gewesen, denn da hätten die Heidenheimer wirklich ihren Heimvorteil nutzen können. Aber so, ja, findet das Spiel in Wolfsburg statt und deswegen glaube ich, dass hier sich der VfL dann doch durchsetzen wird. Ja, und das letzte Spiel in dieser zweiten Runde des DFB-Pokals ist dann die Eintracht Frankfurt, empfängt Borussia Mönchengladbach auch das, ein Bundesliga-Duell und das ist sicherlich auch ein sehr gutes, ja, die Eintracht Frankfurt eigentlich doch, ja, relativ gut in die Saison gestartet unter dem neuen Trainer Thomas Schaaf hat sich konsolidiert, aber wie gesagt, zuletzt jetzt eine bittere 4-5 Heimpleite gegen den VfB Stuttgart. Ja, und auf der anderen Seite die Gladbacher wirklich sehr stark in die Saison gestartet auf dem zweiten Tabellenplatz bis jetzt und auch in der Europa-Liga relativ souverän. Ja, aufgrund der bisherigen Leistungen muss man hier die Gladbacher favorisieren, aber ich denke, aufgrund des Heimvertells der Frankfurter denke ich, dass wir hier durchaus ein ausgeglichenes und interessantes Fußballspiel sehen werden. Ja, es könnte durchaus, ja, in die Verlängerung gehen, ja, und dann im Elfmeterschießen wird dann, ja, das Glück wieder entscheiden, deswegen ist es schwer hier vorauszusagen, aber ich sage einfach mal, dass die Gladbacher aufgrund ihrer Form, aufgrund ihrer Qualität, ja, leicht zu favorisieren sind und hier einen ganz knappen Auswärtssieg feiern werden. Ja, das war jetzt meine Vorschau jetzt zu dieser zweiten Runde im DFB-Pokal in der Saison 2014-2015, ja, und jetzt meine Frage nach euch, was tippt ihr, wie glaubt ihr, werden diese Spiele ausgehen? Schreibt es unten in den Kommentaren, ich würde mich freuen über ein Abo und bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, euer Little Piccolo.